Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch diese Aufgabe mitgebracht, die wir einfach nur berechnen sollen. Naja, so ganz einfach ist das Ganze nicht. Wir haben es hier mit zwei großen Wurzeln zu tun, die addiert werden sollen. Unter den Wurzeln steht prinzipiell dasselbe, aber einmal mit einem Plus und einmal mit einem Minus. Und wenn wir uns die Zahlen so anschauen, eine 19 und eine Wurzel von 192. Wir können die Wurzel hier nicht ziehen, also 192 ist keine Quadratzahl. Deswegen kann man da so wirklich jetzt irgendwie nichts machen am Anfang. Deswegen überlegt man sich, okay, wenn ich dieses x hier jetzt nicht ausrechnen kann, also wenn ich das jetzt einfach mal x nenne, das ist das, was gesucht ist, das sollen wir berechnen. Wenn ich das nicht schaffe, aber ich es mit Wurzeln zu tun habe, dann könnte ich doch diese Gleichung einfach quadrieren, also statt x zu berechnen, berechne ich erstmal x Quadrat und schaue dann, ob ich dann Rückschlüsse ziehen kann auf x. Es ist nur ganz wichtig, wenn wir diese Gleichung jetzt quadrieren, dann kann es zu Lösungen kommen, die gar keine echten Lösungen sind, also zu sogenannten Scheinlösungen. Das heißt, unsere Ergebnisse ganz am Schluss müssen wir noch überprüfen, ob die wirklich sein können oder ob das nur diese Scheinlösungen sind. Aber ansonsten kann man so vorgehen, dass man sagt, okay, x ist mir jetzt gerade ein bisschen zu kompliziert, ich quadriere das Ganze einfach mal und führe das dann am Schluss nochmal, nachdem ich es gelöst habe, hoffentlich, auf mein x zurück. Das ist unser Plan, also quadrieren wir diese Gleichung. x Quadrat bekommen wir auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite machen wir eine große Klammer um dieses ganze Ding drumherum, schreiben alles möglichst fehlerfrei ab und dann wird das ganze Ding eben quadriert. Also das ist unsere Aufgabe, da lernt man die auch mal ein bisschen kennen. Große Klammer zu und das Ganze hoch 2. Okay, das sieht jetzt erstmal schlimmer aus als das, was wir hier vorher hatten, aber wir haben zumindest mal eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Vorher waren wir ja in so einer Sackgasse, wo man sagt, es gibt keine Regeln, was man hier machen kann. Aber hier eine Klammer hoch 2, da ist ein Plus dazwischen. Da können wir doch einfach die erste binomische Formel drauf anwenden und gucken, wohin uns das führt. Erste binomische Formel, wir schreiben sie immer nochmal auf. a plus b in Klammern zum Quadrat ist nichts anderes als a Quadrat plus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Und ja, das wenden wir jetzt hier auf unseren wunderschönen Ausdruck an. Auf der linken Seite haben wir immer noch unser x Quadrat stehen. Es wird nicht so schlimm, wie man jetzt vielleicht denkt. Dadurch, dass Dinge quadriert werden, werden hier die Wurzeln einfach nur wegfallen. a zum Quadrat, also der erste Teil wird quadriert. Das heißt, dieser Teil wird quadriert. Dadurch fällt einfach nur diese große Wurzel weg. Und nur das, was unter der Wurzel steht, bleibt dann da stehen. Also so schlimm war der erste Teil schon mal nicht. Wie sieht es mit dem zweiten Teil aus? 2 mal a mal b, das heißt 2 mal der erste Teil. Ja, okay, diese Wurzeln, da müssen wir jetzt halt durch. Den Teil müssen wir einfach erstmal so abschreiben und uns danach drum kümmern, was wir damit machen. Mal b, also mal den zweiten Teil. Ja, auch das sieht nicht schön aus. Aber letztendlich, wenn ihr mal gerade schaut, sind es einfach nur zwei Wurzeln, die miteinander multipliziert werden. Dafür gibt es dann ja wiederum Regeln. Aber das sehen wir gleich. Das war dieser Zwischenteil. Dann kommt ein Plus und dann das b quadriert, also der hintere Teil quadrieren. Dadurch fällt diese große Wurzel einfach nochmal weg. Und nur der Teil, der unter der Wurzel steht, bleibt stehen. Und damit können wir jetzt hier ein paar Dinge zusammenfassen. Zum Beispiel 19 plus 19 sind einfach nur 38. Dann haben wir hier Wurzel von 192 minus Wurzel von 192. Das hebt sich weg. Und dann haben wir hier diesen Teil, da schreibe ich mal das zweimal ab. Und dann haben wir hier eine große Wurzel, die mit einer anderen großen Wurzel multipliziert wird. Das funktioniert ja so, indem man einfach eine riesen Wurzel daraus macht. Und die Teile, die unterhalb standen, die werden miteinander multipliziert. Also den ersten Teil schreiben wir ab und machen da schön eine Klammer drumherum, denn der soll jetzt multipliziert werden mit dem zweiten Teil, um den wir dann auch schön eine Klammer drumherum machen. Das habe ich jetzt nochmal hier hingeschrieben. Und dann kümmern wir uns genau um diese Stelle, wo diese beiden Klammern miteinander multipliziert werden. In beiden Klammern steht prinzipiell dasselbe, aber einmal mit einem Plus, einmal mit einem Minus. Das sagt uns, dritte binomische Formel können wir hier anwenden, um diese Klammern möglichst einfach aufzulösen. Dritte binomische Formel, wie sieht die nochmal aus? Da haben wir a plus b in der Klammer multipliziert mit a minus b in der Klammer. Und da kommt einfach a Quadrat minus b Quadrat raus. Dann wenden wir das doch mal an. Den Rest hier vorne schreiben wir einfach brav ab. Aber jetzt Wurzel, die übernehmen wir. Und unterhalb der Wurzel, da auf diese beiden Klammern, wenden wir das an. Das heißt, da wird a Quadrat draus. Also den ersten Teil, hier die 19 nehmen wir und quadrieren die. 19 mal 19 sind 361. Dann kommt ein Minus und dann wird einfach der zweite Teil quadriert. Das ist die Wurzel von 192. Wenn wir die quadrieren, fällt einfach nur die Wurzel weg und nur die 192 bleibt übrig. Die Wurzel habe ich ein bisschen zu groß gemacht, aber macht ja nichts, kann ja wieder weg. Dann rechnen wir jetzt einfach nur die Zahlen unter der Wurzel aus. Was haben wir da stehen? 361 minus 192 sind 169. Und das ist eine Quadratzahl. Das heißt, diese Wurzel können wir dann ziehen. Die Wurzel von 169 ist einfach nur 13. 2 mal 13 sind dann 26. Das heißt, unser x Quadrat ist nichts anderes als 64. Und das nehmen wir mal mit auf unsere Lösungsseite. Denn wir müssen uns ja nochmal daran erinnern, was haben wir hier eigentlich getrieben. Wir wollten eigentlich x berechnen. Haben gemerkt, ist ein bisschen zu schwierig. Deswegen lasst uns x Quadrat berechnen und dann schauen, welche Lösungen da passen. x Quadrat ist 64. Das heißt, wir müssen jetzt noch die Wurzel auf beiden Seiten ziehen. Wenn wir in einer Gleichung sind, erhalten wir dann aber zwei Lösungen. Eine erste positive und eine zweite negative. Die Wurzel von 64 ist 8. Und die negative Lösung wäre dann minus 8. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Lösungen gefunden, was relativ schlecht ist. Denn wir wollten ja einfach nur diesen Teil hier ausrechnen. Und da dürfen ja keine zwei unterschiedlichen Ergebnisse rauskommen. Wir haben ja aber auch ganz am Anfang gesagt, dass es zu diesen Scheinlösungen kommen kann. Also Lösungen, die eigentlich gar keine sind für unsere Aufgabe. Von daher müssen wir jetzt entscheiden, ist es die 8 oder ist es die minus 8. Wie sieht es denn mit der negativen Lösung hier aus? Jetzt kann unser Ausdruck hier eigentlich negativ werden. Nee, kann er nicht. Wir haben hier eine große Wurzel plus eine andere große Wurzel. Wenn man eine Wurzel einfach nur berechnet, dann ist es immer größer gleich 0, das Ergebnis. Hinzu kommt etwas, was auch größer gleich 0 ist. Also etwas Positives plus etwas Positives ist insgesamt positiv. Und damit kann das Ergebnis nicht negativ werden. Damit haben wir unsere 8 gefunden und unsere Aufgabe gelöst. Ich bin gespannt, wie ihr vorgegangen seid. Schreibt eure Lösungswege sehr gerne in die Kommentare rein. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Wie geht's gut! Vielen Dank.